Mein Name ist Johann Riedl, ich bin der Inhaber von Ramon Natur Schreiner Konzepte für natürliches und gesundes Schlafen. Ich führe natürliche Schlafsysteme für eine ergonomische und erholsame Schlafen in die Nacht. Unser Schlafsystem besteht aus einem Tellersystem. Jeder Teller ist einzeln beweglich, dreidimensional, damit man eigentlich ideale Körperanpassung hat, je nach Wunsch, fester, strenger oder weicher. Bei Ramon Natur werden sie durch mich persönlich bedient, sowohl in der Beratung, bei uns in der Ausstellung, beim Ausliefern und auch bei den Einstellarbeiten bei Ihnen zu Hause. Der Zug bekommen bin ich eigentlich nur durch Schulterschmerzen und das dann im Vertrieb dann eben auch so aufgenommen habe. Ein Konzept ist, sich für den Kunden genügend Zeit zu nehmen, um ihn individuell beraten zu können. Ja, das ist heutzutage der Kernpunkt, der nicht da hat. Es hat keine mehr Zeit. Ja, das ist heutzutage der Kernpunkt, der nicht da hat.